Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der King Car Conductor. Heute bin ich geschmacklich mal wieder in Taiwan bei der Brennerei Coverlan und habe einen Single Malt Whisky hier, der jetzt so im ersten Moment gar nicht unbedingt als Coverlan zu identifizieren ist. Denn er nennt sich King Car Whisky und ganz klein ist drauf geschrieben Conductor. Und wenn man das im ersten Moment sieht, naja, fragt man sich, was ist denn das für ein Whisky? Zurückzuführen ist der Name auf den Konzern, denn Coverlan gehört wie viele Whisky-Brenner auf der Welt einem großen Konzern. Das ist hier nicht anders in Taiwan. Coverlan gehört King Car, also der King Car Group. Und die beweihräuchern sich jetzt hier in dem Fall selbst, indem sie einen eigenen Single Malt Whisky haben, wo der Name des Konzerns abgebildet ist. Ganz klein im Hund der Hintergrund verdrängt, liest du Coverlan. Steht auch mit auf der Box drauf, ja, das muss auch unbedingt sein. Aber im ersten Moment nimmst du das halt so nicht wahr. Was ich schade finde, weil, also viele schottische Whisky-Brennereien gehören Großkonzernen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen oder ich habe noch nie gesehen, dass es ein Daiacho-Whisky gibt, auf dem ganz klein irgendwo Thaleska steht, ne? Oder ein Panorica-Whisky, auf dem irgendwo ganz klein Glenlivet steht. Also finde ich irgendwo Blödsinn, ne? Aber gut, sei mal dahingestellt, es ist ein Coverlan Single Malt Whisky, den ich hier habe, der keine Altersangabe trägt. Ganz typisch für Coverlan, was dem Klima geschuldet ist. Das Klima ist dort ein ganz anderes wie in Deutschland, in Irland, in Schottland. Die Whiskys kriegen da im Fass eine Turboreifung. Das geht alles deutlich schneller. Infolgedessen schreiben sie die Altersangabe nicht drauf, weil es halt auch nicht die ältesten Whiskys sind. So vier, fünf, sechs, sieben Jahre, so in dem Dreh. Allerdings hier bei diesem Conductor, bei diesem King Car Conductor, finde ich es durchaus spannend, denn der Whisky reifte für nicht definierte Zeit in acht verschiedenen Fasstypen. Eigentlich sind es nur vier. Bourbon Fässer, Sherry Fässer, Rotwein Fässer und Weißwein Fässer. Aber First Fill und Refill aus vier macht acht. Und aus diesen Fasstypen stammt er. 46 Volumenprozente, kein Farbstoff, keine Kühlfilterung. Und preislich, ja, da musst du gucken, der variiert relativ heftig. Du kriegst ihn ab 45 Euro, kannst du aber auch 65 ausgeben. Also da macht Vergleichen durchaus Sinn. Ist auch mal immer so ein bisschen abhängig davon, in welche Ausstattung kommt der Whisky jetzt in dem jeweiligen Online-Shop. Die variiert immer so ein bisschen die Ausstattung, weil sie auch für diverse Märkte immer eine andere ist als für andere Märkte. Das ist bei Coverline ähnlich. Du kriegst die stellenweise auch in so runden, mit Leder verkleideten Tuben. Kriegst du aber auch in so Pappboxen. Das ist bei Coverline immer ein bisschen schwierig. Und dementsprechend variieren auch die Preise. Was ist für einen deutschen Markt vorgesehen? Was für einen allgemeineuropäischen Markt? Da muss man gucken und dementsprechend auch die Preise vergleichen. Wie gesagt, hier geht es ab 45 los. Dementsprechend mal gucken. So. Kein Farbstoff, ordentliches Färbchen. Und da kann man darauf schließen, hier ist Sherry, hier ist Rotwein mit drin. Als Fasstyp, als Vorbelegung, wird wahrscheinlich hier deutlich markanter sein als Weißwein und Bourbon Fass. Da steht Coverline drauf. Ganz, ganz dezent. Also ich hätte wahrscheinlich schon deutlich früher zu der Flasche gegriffen, wenn da Coverline-Kontakte draufstehen wird. Sieht man mal, wie man da voreingenommen ist, wenn man King Car liest. Ich meine, ich mag Könige, ich mag Autos, aber ich habe den Whisky schon Jahre im... Müsstest du mal probieren. Kopf, Hinterkopf, nie getan, jetzt tue ich es. Weil ich Coverline mag, sogar sehr mag. Gut, ich muss dazu sagen, die 40 Volumenprozenter, die sind mir ein bisschen zu mild. Die sind mir ein bisschen zu einfach. Klar, du kriegst auch Fassstärke bei Coverline. Die sogenannten Solisten aus den verschiedensten Fasstypen. Die kosten aber mindestens dreistellig. Das tut dann stellenweise auch mal weh, wenn du auch mal einen Fass erwischst, das vielleicht nicht so geil ist und hast da richtig viel Geld hingelegt. Weil, wie gesagt, die Ältesten sind es nicht. Also ich probiere immer mal wieder in Solisten, aber dann meistens in Form von Samples. Weniger kaufe ich mir für das viele Geld die Flaschen. Ich bin bei Coverline eigentlich am besten aufgehoben bei den 46 Volumenprozentern. Ich habe, wie gesagt, schon einiges probiert. Gerne mal in die Playlist reinschauen, die ich hier zu Coverline online habe. Coverline begleitet mich auch seit meiner Einsteigerzeit. Deswegen mag ich die Brennerei vielleicht auch so. Ja, Bernstein. Also Coverline, top der Stelle. Kann ich nichts gegen sagen. Ich habe noch keinen schlechten Coverline im Glas. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich heute einen inoffiziellen im Glas. Mal gucken. So hat das Färbchen, hat er. Also hättest du mir den blind eingeschenkt, ne? In der Blindverkostung. Ich hätte nicht gesagt, dass er aus Taiwan ist. Ich hätte nicht gesagt, dass es ein Single Malt Whisky ist. Ich hätte ihn pauschal in die USA gelegt und ich hätte gesagt, das ist ein Rye Whisky. Ich habe hier so eine geisteskranke Pfefferminznote drin. Die habe ich so oft bei gut gemachten Rye Whiskys. Und bei gut gemachten Rye Whiskys ist diese Minzaromatik auch sehr markant. Und das habe ich hier auch. Ohne Scheiß. Ich hätte gesagt, das ist ein Rye Whisky. Auch ein bisschen Klebstoff drinne, von den Fässern drinne. Das passt ja auch zu der frischen amerikanischen Weißeiche. Also der riecht wie ein Rye Whisky. Der erinnert mich ein bisschen an den Lot 40 Rye. Der kommt aber aus Kanada. War nicht. Krass. Ein taiwanesischer Rye Whisky. Also ich weiß nicht, wo die Minze herkommt. Die hatte ich noch nie bei einem Kavalan. Noch nie. Die kann nicht Brennereicharakter sein. Die muss irgendwie übers Fass kommen. Aber allgemein hast du hier sehr wenig Kavalan. Du hast sehr viel Fass. Du hast diese Klebstoffaromatik, diese frischholzige Note. Wahnsinn. Auch wenn das Ex-Bourbon-Fässer war, gefühlt riecht es nach Virgin Oak. Und halt eben diese Minze. Und sonst hast du auch nicht viel. Ja, eigentlich nichts. Krass. Krass. Okay. Der steht schon 20 Minütchen. Der riecht nicht viel anders. Der riecht eigentlich eher mit Zeit an der Luft ein bisschen lascher. Ein bisschen Aroma verloren. Da riecht der frisch eingeschenkte besser. Aber halt auch nicht nach... Ich finde diese Klebstoffnote ekelhaft. Kauf dir mal eine Packung Wigness Kaugummi. Und dann machst du schön Uhu-Kleber drüber. Schön dick drüber. Und dann riechst du dran. Klingt das nice. Küchenkräuter, Gewürz, Dill. Malz. Malz. Kernig und ein bisschen herb und bitter. Dann setzt du eine schöne Vanille ein. Eine sehr schöne Vanille. Mit einem Spritzer Zitrus. Aber hinten raus kommt Holz und es wird auch wieder bitter. Also das ist unglaublich. Also auch geschmacklich wäre ich nicht unbedingt bei einem taiwanesischen Single Malt gewesen. Allgemein nicht beim Single Malt. Ich finde der riecht wie ein Rye Whisky. Der schmeckt da eigentlich wie ein Rye Whisky. Was haben sie denn da getrieben? Die haben sich doch da vertan. Also das kann doch kein Single Malt Whisky aus acht verschiedenen Fasstypen sein. Also wenn unter dem Strich was rauskommt, was wie ein Rye Whisky riecht, aus frischen amerikanischen Weißeichenfässern. Also irgendwas haben sie falsch gemacht. Für mich. Also ich weiß null, was ich von diesem Teil halten soll. Keine alkoholische Note drin. Kein Fehlaroma. Keine Schärfe. Nix. Einwandfrei gemacht. Gut gereift. Kann man trinken. Passt. Aber ich finde, das schmeckt nicht wie ein Cavallon. Ich finde, das schmeckt nicht wie ein Single Malt Whisky. Das ist für mich ein Rye Whisky. Und auch kein mega komplexer. Jo. Von daher. Keine Ahnung. Kann ich den empfehlen? Wenn cool ein Rye Whisky sucht oder eine Alternative zu einem Rye. Will man was aus Taiwan probieren, was in die Schiene schlägt? Ja, auf jeden Fall mal probiert. Aber vergleich die Preise. Ab 45 geht es los. Mehr würde ich auch nicht ausgeben. An sich muss ich sagen, gut, dass da nicht primär Cavallon draufsteht, sondern ein King Car. Weil ich finde, das hat mit Cavallon nichts zu tun. Was den Whisky betrifft, auch preislich, lieber ein Cavallon Podium nehmen. Habe ich auch im Video zu runter, ein richtig guter Stoff. Also den kann man echt auslassen, meiner Meinung nach. Es sei denn, man sucht einen exotischen Rye Whisky. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020